Sorry, Tarzan! Ja, sorry, glaube ich Ihnen. Was soll das geben? Nur immer schön ruhig, Tarzan. Jetzt stellen wir zuerst die Bockkleiteren auf. So, Sali. Und jetzt steige ich mit dem Honig in die paar Dritte auf. So, Sali, so! Und das ist der Witz vom Ganzen. Das siehst du jetzt dann gerade. Schau, der Bär, der hat schon gespannen. Der steht bereits auf dem Hinterbein und versucht, mit den vorderen Pfoten zu töpeln. Geil, hoi, geil. Ja, du hättest gern den Honig, ja? Du magst nicht gelangen, gell? Nein, das darf ja nicht was. Bei mir hat der Bär keinen Wald gemacht. Und jetzt steht es sogar auf der Bölle hoch. Bravo, 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 bravo! Bravo, bravo, bravo! Ja, aber es reicht halt immer noch nicht ganz. Du musst dazu auf ein Bein stehen und erst noch fest die Sächle dabei. So ist gut. Noch ein bisschen. Und gerade noch mal ein munziges bisschen. Achtung! Das wird gerade noch gefehlt. Jetzt geht der Dummbär ab dem Ball ab und schmeisst die Leiterin mitsamt der Globine um. Globine, hättest du etwas gemacht? Nein, nein. Ich bin rumklebrig. Schau, dem Bär tut's noch leid. Herzig, wenn er dich vertrösten und dich rundherum abschlägt. Er wird's wieder gut machen. Nein, so glaube ich weniger. Aber wieso schlechter dich denn so herzlich ab? Ganz einfach, weil ich überall voll Honig bin. Ich bin rumklar. Ich bin rumklar.